Musik Ich bin seit heute Morgen um 6 auf den Beinen und schaue die ganze Zeit nach dem Wasser und irgendwann heute Mittag habe ich dann auch noch Familie um Hilfe gerufen, weil ich gar nicht gewusst habe, wie ich stemmen soll. Die Sachen zusammenpacken, dass man vielleicht, wenn es reinkommt, dass man doch noch ein bisschen was retten kann, weil meine Existenz hier auf dem Spiel steht. Wenn mir meine ganze Ware untergleichen und mein Hausrat, ich wohne ja gleich im Nachbargebäude, vorne habe ich das Geschäft, und wenn mir alles unter Wasser steht, steht ja meine Existenz auf dem Spiel. Meine Insel, eine Ware, ist alles aufgeräumt worden. Ich glaube, ich habe ... Untertitelung des ZDF, 2020